Ich lerne Deutsch. Nummer 13348 Das Gewächshaus ist mein ganzer Stolz. Hier kann ich mich um meine Pflanzen kümmern. Die Prüfungsaufgaben werden sorgfältig ausgewählt. Die Prüfungsaufgaben werden sorgfältig ausgewählt. Ich wollte lediglich nachfragen, ob alles in Ordnung ist. Ich wollte lediglich nachfragen, ob alles in Ordnung ist. Betont, dass es nur eine einfache Nachfrage ist und nichts weiteres damit verbunden ist. Entspannung finde ich, wenn ich abends beruhigende Musik höre. Entspannung finde ich, wenn ich abends beruhigende Musik höre. Entspannung finde ich, wenn ich abends beruhigende Musik höre. In einer Gesellschaft, die Freiheit schätzt, gedeiht Kreativität und Innovation wird zum Motor des Fortschritts. In drei Monaten habe ich hier ein berufliches Meeting. In drei Monaten habe ich hier ein berufliches Meeting. In drei Monaten habe ich hier ein berufliches Meeting. Dann können wir uns wiedersehen. Den Beruf des Apothekers gibt es seit über 4000 Jahren. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.